Ich gebe Team 4 I'm online Bros Halt den Rollen mit dem Rollen während du haltest dich da wieder raus sonst lässt sich mit meiner epischen Ska Ich habe gerade andere Probleme Wieso? Ich habe keine Probleme Halt den Rollen hast du schon wieder ein bruder wortwörtlich genommen jetzt ja haben zunächst wieder mit braunwaffe spielen jetzt endlich einmal und hier kann man die easy klappen komm doch her oder ich komme doch hier weiter mein kleiner bruder hier gerade am aufregen weil ich ihn schon wieder klepp hallo tante lucien mit schlecht es gibt nur fünf runden in dem game an der franau es ja gut bitte einen daumen oben da lassen wenn möglich es geht halt dein maul und meinen bitte 35 abos ist eigentlich schon ein bisschen zurück zum zentrum das hat es halt sogar schon drehen ist die sache wenn du heute denkst wenn du heute schon leist du machst dann ja wenn du heute schon leitest ich habe eine goldene spaß du bist lust ich habe eine goldene spaß da da nicht du darauf ist es das infarket irgendwas gewährt dieser spaß oder was ist der spaß leon du kleiner piskopf hiel dich nicht leon du kleiner piskopf das kann ich auch sie klappt ich brauche ich jetzt aber unter schießen oder ja 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 was auch bräuchte man das hat die skype eu danke easy easy bruder easy 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 clap einfach runter edit noch meine goldene spaß bruder ihr seid schon wieder am Arsch das ist diese goldene pump gun ich kenne mich in den vorten auch noch nicht so gut aus ich spiele sie auch noch nicht so lange ihr müsst deutsch reden wer von euch idioten will vergast werden ok da unten sehe ich wen gut er will nicht vergast werden die meine heavy sniper die freunde werden immer immer kleiner die heavy heavy sniper ist der beste beste sniper indem man skill hat anstatt lag Leon schau mal bei bei von fliegen auf den kopf papa bei bei ich baller mit bleibt papa bei bei was hast du für ein problem hat dann kann es sein ich baller mit bleibt bei bei ich baller mit bleiben bei der blöde bleibt ihr seid solche Leider sieht denn ihr habt keinen Hau uua man man nicht wo ja Amuna, bro, morro, abitur! Abitur! BAAA! Morroor, abitur! Bist du ein Weib? Aaaaat! Ich hab' dich so schlecht machen können, was soll ich machen? Ja, rick dich ab, wir haben ganze dreieinhalb Jahre auf das Switch gezockt, Alter! Ja, Alter! Ich guck mal! Ganze dreieinhalb Jahre, Alter! Ja, aber nicht gut! Kampfschrot, Kampfschrot und Skar, Kampfschrot und Skar, Bruder, Kampfschrot, Skar, Tommigan und ne epische Sniper, Alter! Ich hab' die Kampfschrot in Gold! Die schrecklichste Waffe überhaupt, Alter! Nicht verloren! Aaaaat! 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 Nur weil ich gut am Sniping bin, Alter! Aaaaat! Aaaaat! Nein, das ist nicht mehr geht! Alter, hast du zugeschaut, was passiert ist? Ja, das ist Karma! Das hat einfach den Boden nicht gepläst, Alter! Das ist Karma! Karma ist a bitch, ne? Spast! Du bist ne? Spast! 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 Spast in Gold! Ich hab' auch ne goldene Spaß! Ich hab' ne goldene Spaß! Ich hab' ne goldene Spaß, der ist Bruder, äh, das hat niemand gehört! ich bin ja auch irgendwo du weißt nicht wo ist die sache du solltest die angst haben dass ich nicht gleich mit dem chumpet angeflogen komme was ich gerade mache wie sie danke für den abflug ich hätte ich nicht gepumpt ich bin doch nicht so asozial wie gesagt ich hätte ich nicht gepumpt leon mit ganz normalen fallen oder er hat die habe ich habe es gar du hast gerade habe ich gar gesagt ich bin sie immer wieder warte wie viel steht es steht drei zu eins für mich bruder am morgen ich habe nur grüne waffen und eine goldene spaß so gut das kannst du nur mit einer hand fort nicht spielen ja gut du hast uns da das funken du hast du das Ohne runterschießen, du Hund! Viel Spaß dabei! Komm, ich spiele jetzt nur mit Spaß und SMG auf Weitestand. Was ist, wenn du keinen Spaß kriegst? Mir egal, ich spiele trotzdem Heavy und Graue. Gut, den Rest lasse ich liegen. Bis auf die Vereiser fallen, Alter. Das sind die einzigen, die ich noch nehme. Ich darf jetzt nur mit meinen Waffen spielen, okay? Und darf mir nicht die von euch nehmen, auch wenn er jetzt ne Spaß hätte. Ja, genau! Leon, falls du es vergessen hast, man kann nur diesen Molus keinen nocken. Morro, Bruta, Abitur! In Bonn, Alter, der macht gefühlt gerade seine Morro-Leerabschlussprüfung. Ich kann schon auf keinen Plan, du Bär! Alter, ihr habt ne Kassass-Kampfschwund. Habt der Spasti! Was soll ich da machen, Alter? Ich weiß nicht, ich muss auch noch so snapen. Jun, hast du vergessen, dass man keine Sniperkönig schnappen kann? Ich weiß nicht, dass man die Sniperkönig schnappen kann, dass man die Sniperkönig schnappen kann, dass man die Sniperkönig schnappen kann. So, diese Runde spiele ich wieder mit allem. Ist das der Wasser wieder schon zu hoch? Ich? Junge, wo seid ihr, Alter? Ich finde euch nicht. Ich? 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 Was? Ja, von oben! Nein, von hinten, was? Ja, und der Raffi, was macht denn der Tür in der letzten Ecke? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie er erst gar nicht mitbekommen hat, dass ich hinter ihm war, Alter. Und die Sniperkönig schnappen. der hatte auch einen kampfschruder morro bruta abitur seine wache lehrabschlussprüfung einer so hat es nicht nur bei 17 leben oder ja das heißt das heißt du hast kein hiel mehr gehabt hielung einer bruder der deckel studiert du glaubst nicht du kannst mich neipen während ich gerade bei da wie auch immer das war und der da drüben war wieder der feste da kapier das 10 der warte muss sein fack gg wiii Ich bin einfach der besten Sportler. Kappa Kappa Give me a fucking snapper This fucking spiel Schon Das ist nicht schon Kommt doch an Nicht schon wieder Niko Ich will deine fucking sapper Nika Juge Lass dich doch dich einfach im Pickaxe Lass dich doch dich einfach im Pickaxe Danke Junge ich war gerade nicht einmal in einer gescheiten Ansicht Kappa GG die runde schaue ich einmal der ganzen zeit jetzt nur zu weil ich auch mal eine chance geben will sonst bringe ich euch um wer mich anschließt wiederum bräuchte ich sage sich gleich daher müssen wir das wissen was ist wenn wir schneller reagieren warum sagst du dass wir sterben erinnert sich an die letzten runden wo ihr beide einmal gewonnen hat links gesamt wenn ich sagte gleich zu stürzt wenn du mich anschießt am Boden unten er hat sich geboten das in der luft du bist ein Junge bist du gerade gestorben nein bist du nicht hallo nico hey du kleiner bastard ich habe es dir gesagt nicht runter schießen leon ich muss in grafik umbringen der hat sich mit mir angelegt wo kannst du mich umbringen wer kann mich umbringen ich habe mich umbringen ich habe mich davon gebracht und wo ich dich angeschlossen habe wo ist noch dann werden wir aufs loger feier fahren also ich weiß wo der tannenbaum ist weil er ja nicht bin ich bin es da hat sich über mir damit da ist er der rafi baut sich gerade auf ich schwöre es dir ich habe einen fucking sniper und gasgranaten sagt er immer und danach bringt er mich um ich glaube der ist runter geflogen fick dich oder hoffentlich stirbst du dran oder ja ich habe Scheiße, ich hab ja keinen Heel. Oh, piek mal. Pieck nicht, dann schießt dich ab. Pieck mal, pieck mal. Ey, ohne Runderschießen. Er hat 26 Leben, Leon. Und dann hat er die Kampfsflüter. Ach, finde er dein Gold. Mach auf und platziere den Boden. Ach, den Boden. Ach, das ist gut. Ach, das ist gut. Oh, ich sei ein Fick. Das Fick, das macht dich gar nicht. Ciao. so die runde spiele ich wieder mit und sich unterstellt sich wieder aus und dann wieder mit dann wieder aus und so weiter eine frage was machen macht man dann eigentlich wenn ich nie gekleppt habe dann muss ich eigentlich kämpfen oder ja was ist wenn ich zuerst gekleppt hat am an der kreuen der boston eines geibes ich weiß es leon warte mit oder so gesagt dann nico nico du bist mit oder ja okay ich habe schon wieder vergessen ich habe heute in kurzer zeit bis nicht warum habe ich dann gar nicht weggesnippt wo ich weggesnippen habe können können habe sein weg ich bin über voll leichen wala ammer kreuen du wixer du wolle du wixer du verpiktet du du fortnets drecks oder Dauer Beim T 헐 Gar Darling Ich rückseide Du bist glücklich Hei Du bist glücklich Hi! Wo wichst du? Hätte ich jetzt erfassen, vielleicht... Boah, da sind die... Warte einmal! Warte! 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 Ja... Oh Gott! Ich hab keine Mäse mehr drauf! Das ist ja auch immer die Ausrede, oder? Nein, ich bin jetzt! Ich hab wirklich keine Mäse mehr gehabt! Ich hab keine Mäse mehr drauf! Ich hab keine Mäse mehr drauf! Ich hab keine Mäse mehr drauf! Abitur Bruder Morr! Alter, erstmal saufen und während der schon aufgehen, Alter! Waffen schon! Ich hab einfach scheiß kreue Waffen, bis auf die Sniper! Wo nur mal kreue Waffen hat, heißt nicht, dass man schlecht ist! Werden wir jetzt schon wieder zu bombardiert? Ich hab keine Mäse mehr drauf! Wer... Leon, der Tannenbaum! Wird schon wieder geradet! Habe ich mitbekommen! Nein, irgendwie! Ich werde jetzt doch nicht einspielen! Ach nee! Das sagen die Abiturigabschlüsse, aber was anderes! Junge! Leon? Niko, das bist du, oder? Du, ich hatte dafür nicht mit! Ach so, stimmt! Wollte ich ja eigentlich! Sorry! Gut! Okay, Boss! Lass mich in Ruhe! Ja! Boast! Danke! Talera hat von mir aber schon nen Hund da Hit kassiert! Egal! Danke Niko! Dann kann ich ihn erst erkennen! Das bin nur ich, oder? Du bist so gut, Entschuldigung! Hat er nicht los? Da hat er freien Platziert! Ich weiß! Warte, Nico! Lass! Nico kommt zu mir! Okay, ich hätte uns weggedehnt! Ich hätte gefordert, aber wenn du schon weg bist! I have to ruin our friendship! Ich baue mir ne SkyBest, um von ganz oben zu zu schauen, also bitte nicht ganz rauf, wenn's geht! Sobald der letzte Tod, sobald einer von euch tot ist, komme ich runter! Da ist er! Bruder, Morror! Was soll ich machen, Digga? Was hat ich dort? Kannst du bitte ganz runter gehen, Raffi? Hier! Ich bin ganz unten! Was? Kannst du dich bitte freimachen? Ich möchte probieren, dich zu quickshotten, wenn ich glaube ich hundertprozentig, wenn es nicht trifft, mit der Sniper! Zu was? Okay, was ist nicht zu? Fuck! Ja, mir egal, leider! Tschüss! Bruder! Ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster! Ich hole mir ein 3.000, 3.500 Euro Gaming Setup, was ist deine Meinung dazu? Cool! Ich bin eher documentate! 2.000, 3.000 3.000, 3.000, 3.000 Millionen, 3.000 Millionen, 3.000, 4.000 patch always. Größeres Morsepad! ich habe viel zu kleines im ausbieter diese runde spiele ich will spiele ich wieder mit hallo soll ich ein paar freunde von mir einladen die ungefähr doppelt so gut sind wie ich aber dann kann ich ja gar nicht mehr gewinnen junge der bürger ist da oben da gar kein bock wenn die mir einen skin schenken dann ja der leon darf der sky bis zum bau die schießt jetzt runter ich darf ich mache die regeln in diesem den hier was du das mal das war der raffi und Ich bin der Fowler Pro Gaming. Ich bin der Gaming Pro, yo, Pro, yo, yo. Ich bin der Gaming Pro, yo, yo. Oh! Bye. Ich bin der Gaming Pro, yo, yo, Pro. Der Gaming Pro, yo. Ich bin der Beste Gaming Fackner Pro, yo, yo. Auch wenn es ne Surprised war, Surpressed. Ich hatte den Schuss trotzdem. Du hast ja auch ein leichter, dass du einen Leon klappen kannst, weil du sitzt ja auch wahrscheinlich neben ihm gerade. Nein, darum geht es nicht. Ich habe gerade den Schuss gehört neben mir, weil er knapp daneben geschossen hat mit seiner schallgedämpften Sniper. Habe ich auch. Das war wahrscheinlich eine epische. Abitur Morro. Fack you! Fack you! Brut Amor, fünf Leben, Alter. Brut Amor. Da liest du an der Zone verreckt, Alter. Leon, du bist so ein schlechter Gamer. Ich schlag kurz Freunde an, die ungefähr doppelt so gut sind. Biko. Denkst du mit dir an den Skins, dann darfst du es heranladen. Weiß ich nicht. Nein. Lade einfach. Was? Ich brauche ich neue Skins. Du kannst das gerne anladen, nur wenn sie mir einen Skins schenken mache. Du schenken keine Skins. Warum? Ich mache jetzt ein Turnier. Nach dem. Niko, jetzt tust du dich aber nicht anmischen. Mann, wer jetzt die nächsten drei Runden Quint bekommt von mir. Was aus dem Item Shop, das darf aber nicht mehr 1500 V-Box kosten. Also ein Tanz. Oder ein Skin. Der Gewinner von der Runde. Von den nächsten drei Runden, aber dafür darf ich mitspielen, okay? Weil schenken will ich es euch nicht einfach so. Junge, ich bin grad so unfähig, irgendwas zum Treffen, Alter. Ich auch. Leon, du musst die holen. Ja. 1 zu 0 für den Leon. Wer drei Runden gewinnt, hat gewonnen. Aber auf meinen Account. Das war schon meine nur ein Skins. Auf den Account, auf den du gerade spielst. Du darfst ja aussuchen, auf welchen Account. Ich will diesen Ganskin haben, in dem Shop. Wenn ich V-Box aufgeladen hab, zumindest. Dann kriegst du den. Dann kriegst du was du willst. Wie teuer? Wie teuer? Wie viel, ähm, war fängst du uns mit diesem V-Box? Maximal 1500. Du kannst es auch aufspannen und für den nächsten Battle-Post dann ausgeben. Das heißt, willst du mir den nächsten Battle-Post stecken? Wenn ich ihn selber kaufe. Ey, ohne! Kannst du uns gut abschossen? Amuna Bruta. Kannst du den ohne unterschießen? Kannst du den ohne unterschießen? Eben. Das zählt nicht. Die Runde zählt jetzt nicht. Okay. Ich hab ja eh nicht gut gespielt. Ich muss ja erstmal meine Skills aufwärmen und mein Aim wieder einschalten. Ich hab ja, weil ich so ein guter Pro-Gamer bin, hab ich mein Aim komplett ausgestellt. Mein Aim ist inzwischen so auf halbem Niveau gerade. Was heißt das? Ich bin gerade zur Hälfte eingespielt. Also ich bin noch nicht mal zum Bett eingespielt. Ja, ich bin gerade einmal zur Hälfte eingespielt, Alter. Die Switch legt voll, gell? Ja. Nee, und regt nicht auf, was switcht aus oder auf die Switch. Da komm rein. Urgut. Digga, halt dich auf! Gas, komm her! Ich hasse dich! Digga, wie viele wirst du doch trappen? Niko! Ja? Das ist gegen meinen von dir. Junge! Leon, hör auf, dich zu hoch zu bauen! Warum? Ich will einen Skinkregen machen. Ich will aber nicht Skinkregen machen. So, jetzt komm ich zu dir. Ich hab ja so wenig Skinkregen. Nee! Fuck! Ich wollte eigentlich oben auf das Ding rauf von dir. Aber dann nicht, dann hole ich dich halt so weg. Ich mag's dir nicht. Warum bin ich nicht aufgewärmt? Wenn ich aufgewärmt wäre, dann würde ich euch safe klappen. Fuck! Ich wollte... Ja, okay, fast! Zweite Runde für mich! 2 zu 0, Alter! Raffi! Dieses Mal... Ich setz dieses Mal die ganze Zeit aus, bis einer von den beiden tot ist. Hm... Das ist so süß. Ich schaff das nicht. Ist das für dich eh okay, wenn ich dich Raffi nennen, weil das ist bei mir so hängen blieben. Ja... Wegen One Piece und dem Ganzen. Was ich gar nicht lernen... Du, was ich gar nicht lernen kann, wenn ihr zu mir sagt Raffi. Raffi? Alter, was ist denn das für ein Name? Keine Ahnung. In der Schule sagen ein Babawixer das zu mir. Ja? Ja? Niko! Niko! Raffi, dir darf ich auch nen 105er Hit verpassen, hab ich gehört. Nein, darfst du nicht. Denn dir bin ich jetzt abstorben, Niko, weil du mir so viel Sch*** gemacht hast. Tschüss. Komm, Alter, weil du eine Runde nicht gewonnen hast. Du hast mir einen 150er Hit gemacht. Und du hast gesagt vorhin, du setzt die Runde aus. Das ist aber gelogen. Nein! Das sagst du was nicht! Was eigentlich nicht, ich wollte ihr glich aussetzen, aber dann habe ich gesehen, irgendwer von euch hat sterben müssen. Psychopath. Ja, okay, die Runde zählt nicht, Raffi. Mann, Rausch. Ja, da muss ich mich nicht so konzentriert. Ey, really? Runterschießen zählt auch nicht. Ja, wenn die irgendwie nicht mehr zählt. Fuck! Ich hätte gleich nach rechts und runter gehen müssen. Gut, ich bin zwar der Schlechteste gerade, also es steht 2 zu 0 zu 0. Die Runde zählt jetzt und ich bin jetzt dauerhaft im Einmischen. Oh, ich bin so schlecht, ich werde eh keine Skin gewinnen. Aber ich kämpfe hauptsächlich wahrscheinlich nur gegen Leon, weil die ja schon am meisten vorne ist. Danke, Nico. Was passiert eigentlich, wenn ich gewinne, frage ich mich gerade. Dann, dann kriegst du gar nichts. Dann passiert nichts. Dann bin ich einfach der Gewinner und ich habe einen Titel. Ja, passend. Amin, Raffi, möchtest du dich für mein Fortnite-Clan bewerben? Was? Er sagt Beste, wenn sie so nicht auf Beste sind. Ich habe Beste, wenn sie so komplett nass. Ey, kannst du aufhören, mich zu überbohren, Alter? Nee! Was, hä, ich habe mich hochgebrochen? Ja, und ich habe mich durchgeglitscht. Es gibt 194 Wichser, ich will keinen davon sehen. Selbst eineinhalbtausend Wichser, ich versuche sie nicht zu sehen. Die ganze Welt ist voller Wichser. Nico, verliere nicht. Nico, bitte lass mich du sehen, mein kein Ehrenmann. Was? Wo bist du überhaupt drauf hier, Alter? Da da ganz unten war. Hm. Bergbauern-Burm. Ich steu auf Bergbauern-Burm. Ich muss mich mal wieder entspannen, ne? Wie bei meinem Mund hat er schon seine Kugel eingefangen. Oh Gott, ey, da war das knapp. Das war knapp, ich muss ausschlecken. Ach, mach, Nico. Ja, ich weiß, er ist oben. Ey, jetzt komm zu dir. Wenn er meint, er schafft es, soll er es probieren. Wo bist du? Oh Gott, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Genau da, ich sag, genau da, ich sag, komm, komm, komm. Fisse, frisse, frisse, ja? Versch mir in den Weg, versch... Mann, warum hast du nicht den Weg verspürt? Du bist zu 2, aber Raffi hat einen und ich hab gar keinen Punkt. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Runden offen. Du hast nicht gewonnen. Okay. Aber wir müssen nochmal aero spielen. Nächste Runde. Nein, weil auch wenn du gewinnst. Bin ich der, ja. Bin ich der Sieger. Ach so, stimmt. Wenn du gewinnst, wirst du der Sieger. Und wenn du nicht gewinnst, müssen wir nochmal Runden spielen. Na dann hoffe ich, dass Leo nicht gewinnt. Warte, entspannt sich die Runde noch. Und wir machen es dann so ein Turnier, der, der die meisten von den nächsten 10 Runden gewinnt. Was, wir spielen ein Turnier? Nicht runterschießen. Oh, runterschießen! Ich hab nie deine Base angeschossen. Nichts runtergeschossen. Boah, ich bin so schlecht im Turnier. Ich geh mal weg. Ich bin der Leer. Ich bin der Leer. Brutal. Ich bin der Leer. Bö堅. Warte so. Oh, Hocknicko, bitte klapp ihn, Leon. Ich will Skins ein. Ich mag meinen neuen Skins haben. Nein, Raffi, brauchen wir einen Skins haben. Den absoluten sweat Bei mir war die noch nicht platziert, wie ich geschossen hab Raffi, du warst tot Nico, ich hab eine Idee Nico, ich hab eine Idee Wir machen was Besseres Den hier will ich schenke 50 Euro Playgut haben, okay? Nein Fangen wir hin, können wir von vorne anfangen mit den Dings, oder? Ja, jetzt fangen wir hin Der, der jetzt die meisten Runden gewinnt Wenn ich gewinnt, krieg ich halt nix Dann ist das Turnier zwar trotzdem vorbei, aber niemand gewinnt Wenn der, der von euch gewinnt, darf sich um 1.500 V-Bucks Also 10 Euro auf Kladeguthaben was aussuchen Bachen hol ich mir in den Linen Skin Oder du darfst dir auch sowas aussuchen, was ich dir dann holen muss Du musst, das heißt, Versprechen ist Versprechen Quasi Hey Nico Kann man, kann man dann immer so am Bruch ein, dass man eine Challenge machen, dass du dann immer so einen Gewinn hat Die, einen Skin oder irgendwas schenkst What the fuck, der ist schon wieder unter mir, oder? Leon, Deutsch war auch nicht schlecht Nico, wer hat dich jetzt schon wieder runtergeschossen? Nicht dich, das war ja Du hast aber keine Fallgemer, du hast aber keine Fallgemerzt bekommen Wer ist da ohne Unterstiegsmaß? Amo na, Brutamorro! Abitur! Boah Oh Gott Nein Boah, ich wollte euch unter dir... Digga, wer hat da schon wieder was sie nicht gemacht? Bist du im Flug? Ja Oh, ne gute Lüge, der Heavy Ich will dich unterporten Ja, wenn ich jetzt nicht hier sein kann, ist da nicht schwer Seht das Leben? Fuck Der Raffi... Warte kurz Raffi Geh aus der Zone, Alter Achso, der Leon... Raffi, 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 warte Ich sag, wenn es weitergeht Ich bin unter der Zone wegen dir gewesen Nein Aber du hast ungefähr gleich viele Leben, wie der Raffi... Ja, aber ich bin unter der Zone gewesen Geht's weiter Gut, jetzt geht's Play So Junge, der Raffi ist gefühlt fünfmal besser Und trotzdem ist er 30mal schlechter als ich Ja, Nico, du kannst es nicht so gleichen Ich kann natürlich auf der Switch spielen Aber ich kann halt nicht auf der Blaze spielen Aber dafür kann ich urgul auf der Switch spielen Ja Wenn man schon von Anfang an auf der Switch spielt Stimmt Stimmt Alter, ich streame schon wieder über fast eine Stunde, oder? Alter, Raffi, hast du mich eigentlich auf YouTube schon abonniert? Nein, ich habe vergessen, wie der YouTube-Kanal heißt Ach so So wie So wie Man Epic So wie Leon sein Epic-Name Nur Nur halt anstatt dem Galaxy Nice Wie Leon sein Epic-Name? Also Galaxy Panda Abstand 44 Nur halt mit Nice Panda Nein Ohne runter schießen der da was jetzt die meisten runden von den zehn runden gewinnt der hat eigentlich schon so gut wie gewonnen aber ich spiele halt trotzdem mit sobald irgendwer fünf runden gewonnen hat und irgendeiner und die anderen beiden jeweils eine runde gewonnen haben dann kann ich dann kann ich dich klappen wo du schlecht bist und dann ja ach komm schon ach komm schon leon sich einfach mein ganzes magazin an ihm verschossen aber so ich gehe ich jetzt pushen oder ich bin ich jetzt mussten mit jump doch die gilt ich habe das kampfschrutt gehabt damit er kann man nicht spielen raffi es schaut gut aus hör auf bitte dass du dir die ohren weh ich bin zu befordert gerade wegen skin die stars hast du angst zu verlieren ich ja das war mein herz wird jeder das würde mein herz brechen das geht meinen kunst gehen oder um zehn euro oder um zehn euro kannst du dir noch aussuchen eigentlich auch gott gehen auf fahrer da ich bin ein schaden verreckt ja gut ich spiele diese runden gar nicht mehr mit ihr könnt das unter euch ausmachen wirklich ok leon das heißt ich krieg den skin sicher sicher wüssten du du willst du verfügt dazu das die mal Nein. Bitte. Nee, ich komme nicht auf sowas. Egal, warte kurz, warte kurz. Warte kurz. Okay. Was? Wer hat die Käse? Hä? Du musst rot durchfallen. Ja, aber wie? Ich habe besser gesagt, ich habe dich runtereditiert. Hä? Ich habe denen einen Hit gegeben und dann habe ich mich runtereditiert. Aber du kannst dich nicht runtereditieren. Das war meine Treppe. Nein, das war meine. Ich habe dich runtereditiert. Das war meine, das Ding. Oder so bist du runter gesprungen. Ich weiß nicht, aber irgendwas habe ich editiert. Ja, was anderes? Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Du bist auf jeden Fall gestorben und ich bin besser. Nein, du bist nicht besser. Sicher. Du bist gestorben. Ja. Du bist auf jeden Fall gestorben. Ja gut, stimmt. Das heißt doch lange nichts. Aber ich hole meinen Skin Leon. Nein. Ja. Wo ist denn gar nichts, okay? Der Porto, der ist so eklig weg. Da ohne Runterschiss, ne? Ich hab doch geschossen. Ich seh's schon, wie du mich snapst. Was? Hab's mir was geben? Das Skin gehört mir. Sag mal Niko, da ist er mir nicht. Sag mal Niko, dass man mir gleich einen Skin kaufen kann. Warum? Es ist jetzt ja gerade die 5. Runde. ja ja also kann ich noch alles retten aber wenn ich dann in die 600 gewonnen hat da kannst du nichts mehr retten habe ich eigentlich schon gewonnen leon ist ein kurzer fass natürlich ja Was? Digga, das hat sich daneben gepackt. Wo ist denn der Niko? Der Niko ist in der Sohn. Kannst du Niko irgendwie umbringen? Ja, aber der Niko kann ja jetzt noch kein Essen kaufen, gell? Was? Der Niko kann ja jetzt noch kein Essen kaufen. Der Niko muss noch gewinnen und dann hat er schon gewonnen. Ja, mein Skinny, 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 Skinny. Ich liebe meine Skinny. Und die gewinne ich auch, Leon. Du bist schlecht. Ich habe eine goldene Skar. Und Heavy. Was soll ich machen? Du hast schlecht. Niko? Der Niko? Der Niko kann dir jetzt noch keinen Skin kaufen. Ich will ihm nur was fragen. Ist er da gerade? Ich bin der einen M rooms fan. Nein. Und Kopf ist! Ich bin der Niko? Ich bin der Niko. Darif? Ich bin der Niko. Oh, ich bin der Niko. Ja, bald. Hier probierst du ihnen, kann ich um ihn angreCr toe hin Sithen. Ich committing denin Sunday. Bist du tot? Raffi? Ja. Bist du tot? Was? Wo bist du? Bist du tot? Bist du tot? Jetzt zum Zentrum. Jetzt wird auch Rainer gesucht. Können wir noch eine Runde spielen? Oder können wir noch fertig spielen bitte? Was? Können wir noch fertig spielen bitte? Warum? Weil. Ja stimmt, das mag auch, wenn wir einen Skin haben. Zentrum? Also das Lobby? Nein, Zentrum. Ich kann sowieso besser auf Pink spielen. Ich hab eins. Nico? Ja? Wenn du Playzix spielst, dann hätte ich dich noch mal ausgenommen. Wem findest du besser, in Lehren oder mich? Das hat beide Scheiße. Ja, aber Nico, ich hab aufs Twitch gespielt. Ich geh auf Grobwürfel, ich geh auf die Indie-Lobby. Ich hab auch Geschenksmiss meine Skin. Er kann dir noch keine Skin schenken. Okay. Hab ich schon während dem Spiel gesagt? Nein, hast du nicht. Doch? Nein. Doch? Nein. Nein. Thomas? Redest du bitte? Spielersitz waren ich habe gehen Leon gewonnen kann man machen Thomas kommt Dein Ernst? Ja Nein, kann ich mit dem Raffel reden? Ich ruf ihn an Ah Ich ruf ihn sicher nicht an Haben wir ein Mikrofon? Weiß ich nicht, du musst auch's probieren Nein Thomas? Ja, super Moin Musst du dich noch Musst du dich noch einspielen? Was? Wer sagt, dass du jetzt drauf spielen darfst? Dann stream du auf dem Account Jetzt noch Alter, Thomas, ich verstehe nichts Ich muss in die Leute Hä? Was ist? Thomas, man versteht dich gar nicht gut Okay Ja, schon eher einspielen, oder? Und dann 20 Uhr spielen wir dann noch einen Freien, okay? Nein Was ist? Ich wollte eigentlich noch Arena crying ein bissl, aber alleine das ist kein Spaß Nett mit mir Nett mit mir Sag ich Na ja, 22 Uhr Man muss ja auch nehmen, ich kann auf Switch nicht spielen Ich auch nicht Wenn ich auf der Plädie gespielt hätte, hätte ich einen Lockerops genommen Das musst du sogar zugeben, Nico Stimmt allerdings Ist der Rafi eigentlich gut? Nein Geht's? Geht so, ich meine ich hätte ihn 10 zu 0 abgezogen Dum 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 Ja, dann tust du bissel also Practice Practice Also er war nicht dass ich gut bin, Nico denn denn Box Freit oder Ding was ist der Lieber das Wort Bonbon ein Mann an uns aber auch beim Barm Barm spielen. Hey, brojekten. Der Felix ist voller gegen geflogen, oder. ja an so einem morgen nach wachst du musst ich dream außerdem gerade hallo es ist mir egal was du denkst das ist trotzdem immer das spiel an sich geht ja gerade so wenn man noch mit freunden spielt gegen kreter der witzig der ganze zeit gestern ja gestern gegen kreter du hast du bist einfach besser er war nie weg er war nie weg und dann die filme die videos 12 aber drei kennst du noch mario fein 888 leon kannst du bitte abtrennen sonst wird es noch gesperrt ein live stream von mir ist schon in syrien gesperrt worden ich möchte nicht dass auch bei uns in deutschland österreich gesperrt wird wie sie für fort nach gegen kreter wie gemacht hat hat vor ungefähr drei stunden ein neues mario odyssey lp hochgeladen das boden ist lava ja ich nur so oder wo kann ich das herbekommen ich möchte das auch zocken ob das mario odyssey mod morro bruder abitur ohne runter böllern ist die cloud ja das war doma so nein ich hätte ich gerade volle kanne runter geschossen aber egal das war ein lucky shot eigentlich weil ich schaue mal in meinem stream ich habe dich so 0 gesehen ich habe dich nicht einmal gesehen und habe geschossen aber naja solche fassen habe ich auch das sind diese fortnight bugs die da einfach in den kopf glitschen oder oder nur graue waffen außer goldene heavy snapper man kennt ihn wer kennt ihn nicht oder ich glaube jeder von uns hat schon mal das problem gehabt dass ein desert nur graue waffen gefunden hat wie war schule heute gut nicht ja hast du dich gerade rum jungen inkompetentes stück scheisse oder oh digga wie lust ja dein name sagt halt alles wie immer halt ja wie immer morro bruder abitur herr thomas deine mutter so thomas was für ein studium machst du noch mal gerade geschichte oder dein dünner mann so und wie läuft dein studium über mittelalterliche geschichte dünner mann ist dein bester freund es ist so mit allem scharf der beste mann eines jeden studenten ist der dünner mann mit allem und extra scharf mit allem extra scharf mit dem ich bin so ich bin so ich bin so lust ich wäre gerade fast geliebt was du kannst das spiel nicht mehr oder ne eigentlich nicht komm auf so teils zum reden neiner achte ja zwei wochen ich fang schon wieder aus ja oft hab ich zu scooby heißt persönlich zu dir mit mobile und order ne 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 so dass das sieht doch der Schädel woge du bist du bist in Watzelsdorf oder du bist in Watzelsdorf oder was ist ich wohne knapp eine Viertelstunde weg von dir also also jetzt gerade bin ich knapp eine Viertelstunde weg von dir ja in welchem Ort bist du gerade Watzelsdorf nicht Matzelsdorf ja Watzelsdorf ja da wo meine Oma halt wohnt ja eh Alter Thomas es dauert es dauert eine Viertelstunde und ich bin bei dir wenn du das klar aufhörst ahhh wir halten nicht in der Schuhe wenn wir wenn wir wenn wir wenn wir wenn wir da 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 haben wir heute wieder na ganz toll da da haben wir wo hat nicht einmal in der Schuhe was das war ja nur Spaß hundertprozentig sogar ohne runterschießen gell ja ja ok morro bruder läuft bei dir kann noch bauen bauen ist das einzige was du noch kannst oder ja schon und editieren oder sei doch nicht so ein Lappen und piek doch endlich oder der einzige Schaden den ich bis jetzt bekommen habe ist ein 5er tick von der zone oder das sieht man wie sehr ich manchmal sweaten kann 12 hol Dre hat morro Bruder ist das ist ein und danach habe ich dich doch in der Luft gesniped hat er er habe er kapiert gar nichts mer That I could never送 das die die Verwirrung war maximal gerade ich hatte spürt man zwar wirklich ein paar Forderungen was direkt lost Euregen woche immer los sind sie es stimmt was hat sie denn es kostet du warst das sie sind als chapter 1 los mannst sie sind und für die zu ziehen elf hoch 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 holst das in der wahl die beste ist ein halbjahr und sie sind sechs mit kevin oder ich würde schlauern finden wenn man wieder die alte zeit herbei beschwören könnte 203 der hat gesessen hat er an thomas ich habe schon wieder gasgranaten gehabt das heißt wenn ich dich nicht getroffen hätte ich dich vergaßt vergaßt gas mehr moro bruder ich vergaß dich wie in der gaskammer meine ganze familie ist heute gestorben nein meine ganze familie stirbt kaum aus du bist der einzige mit dem ich fort nicht spielen kann meine oma ist im juli gestorben wenn man behauptet man ist gut in einem spiel das wasser ist nicht tief genug das solltest du wissen das sieht man schon an der farbe oder du spielst du wohnen mit ford mit und bist du wieder der größte bot leider ohne spaß du bist gefühlt noch schlechter und lust als trimax die seine snapper kriegte aber trotzdem bist du gefühlt noch schlechter also ja in allem und mein gott work out brasilien ww um vier stralle der vier zwei verGIER was Ja, Asilien. Oh Gott, Alter! Ja! Oh Kurba! Amo na Bruder, Morro, er... Thomas, hör mal ganz genau zu. Hast du mehr oder was? Ich habe gerade eine Dose zerdrückt. Warum? Einfach aus, weil ich Spaß dran habe. Amo na Morro... Heißt du mehr, Bruder? Na, so immer wirklich, wie schuld... Wie war schuld heute? Scheiße! Warum? Wir haben zwar Kahoot gespült in Geografie, aber trotzdem war schuldig scheiße, so wie sonst auch immer. Ob sie Mathe aufkriegt? Na, wir haben heute eigentlich nur Englisch aufgekriegt. Na ja... Ganz doll, lass da. Thomas, wo bist du schon wieder, Alter? Ich hoffe, ich habe ihn heute beim Spack gesehen. Hör auf auf zum Schießen, Alter! Ja, 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 ja! Scheiße, das dringt mich! Morror! J consonant! Scheiße, Mann, wie gesagt. Du kannst gefühlt, während die Heavy Sniper nachlädt, drei Kebabs essen, eine Pizza bestellen und essen. Und währenddessen auch noch gefühlt aufs Klo gehen und dir die komplette Staffel, erste Staffel von The Walking Dead anschauen, Alter. Boah, ich bin weg da. In der Luft noch schön den Hit gedrückt, ne? So, wie es halt sein muss. Und das Jumpett noch schön abgeschossen. Ach, scheiße. Sorry. Du warst sorry. Ich hab' dacht, du bist dort hinten, deswegen hab' ich dort hinten geschossen, ich vollidiot. Schade. Nochmal? Schade. Ja. Oh, Battle Pass 67, weil mich das noch juckt. Ich kaufe mir bald ein 3.500 Euro Gaming Setup. Weißt du, was ich dann hab? Endlich mal einen gescheiten PC. Du musst spielen, oder was? Nico. Ja. Ah, mon amour. Hau doch nicht ab, Alter. Mach nicht Tissen. Ah, man, der Koi, der Bär springt sogar noch in den Tod, Alter. Ich editier, der Bär springt drauf, ich editier fertig, Alter. Leon. Da Thomas ist so lost schon wieder unterwegs, Alter. Ich hab' da. No front. Oh, du schlecht. Du schlecht. Du oder ich? Ich? Ja. Oh, Gott. Thomas Schau ich habe sogar extra noch Fallschaden kassiert wegen dir ich wollte ich pickaxe wie viele Leben hattest du okay das weiß ich sogar ausgange eigentlich nach 3 pickaxe schlägen du bist zwar lost genug um dich an Fallschaden sterben zu lassen aber nicht so lost damit du an fucking pickaxe stirbst was ist bei dir los die Batterie ist gleich leer ich bin gleich weg oh 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 du was soll ich dir schlechte angebung da soll ich das sagen wie Gamer reden Die wiederholten immer irgendwie gefühlte stopp die wiederholen alles gefühlt immer zweimal oder Zum beispiel gegner gegner oder hit 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 Das ist jeder gamer und jeder gamer wenn er nie wenn er mal ausrastet Dann schaut der satz dann schaut der satzpaar so aus Subjekt prädikat beleidigung und Und dann noch am schluss du kleiner hurensohn Warte das kippt das den stream kinderfreundlich Mein stream von mir wurde schon Du kleiner Du 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 alle was blirrt dummer mein erb einer von meinen stream wurde schon in sizilien afrika und verboten der ist einfach gesperrt aber bei uns in österreich deutschland und so weiter kann man sich den ruhig noch anschauen weißt du was fort nicht eigentlich gutes bis jetzt gemacht hat der sammeln der sammeln hat der kubmastelt wie hier haben wir morgen bruder muss los hallo thomas gg musste das jetzt unbedingt sein ich möchte heute noch auf die vision vier kommen begleitet du mich das sind vielleicht 50 punkte oder so weiter das hast du einfach nur in der ecke schimmeln und nix tun auf deutsch gegen kräter ich treffe gar nix holi 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 als ob du mich auch noch triffst einer wie ja ja die Hex hast du aktiviert ja ne wir wollen wir jetzt schon später ein wort die wäde wollen wir jetzt schon spielen oder erst später die drei runden noch ich öffne die goldene ska ich öffne die goldene ska meine mutter nervt mit fortneid was diese verarschte standards gesungen ich öffne die goldene ska und sie macht nicht ratatata meine mutter nervt mit fortneid ich möchte hausaufgaben machen du kleiner ist als ob du dich gerade darauf verletzt hast wo die explodierte seiner wie viel pech hast du einer ne goldene ska sie macht ratatata Tomas Schau mal bitte in meinem Stream, okay Eine goldene Ska Sie macht Ich hatte eigentlich gedacht, Vic schließt mit dem Kanal für immer ab Oder ihr eigentlich vorkommt, aber dann Prober Regenbogen-Gewähr, Knoppers Knoppers Ähm Regenschirm, äh Regenschirm-Gewähr Ähm Spaghetti Monster Neeeeee Was? Nice, Panda! Omoro, Bruta! Abitur! Ich kann nicht! Holy! Ich hab vierte AP! Nein! Ich wollte zu viel, leider! Ich wollte zu viel ja, ja Ja, ne goldenes這樣 Sie macht rata! Ne goldenes kann sie macht rata! wie Statt2018 sie ist meistens f judgments aber ja Die Waffen respawnen auf der Map fällt mir gerade auf. Tschüss Bruder! Tschüss! Ja, endlich mal! Fuck! Endlich! Fuck! Einfach nein! Thomas! Warte, wird das Film gesperrt, wenn nicht Avengers Endgame aufkommt? Wenn du was? Oh, nicht Avengers Endgame aufkommt. Wenn du was aufdreißt, dann versteh ich nichts. Ah, wenn das Endgame? Ja, wegen Copyright. Okay, dann 30 Jahres. Ich glaube, das passt. Aber nachdem wir das gespielt haben, mache ich es sowieso ins Stream aus. Hä? Ich könnte das zum Streamtitel nehmen. Ähm, Arena Grind. Wie gefühlt jeder Stream von dir? Ja, mir egal. Hm, ich bin geil. Mhm, ich bin geil. Ich bin geil. Ich bin geil. Ich bin geil. Du schießt, Granatenspamer, Alter. Wut? Don't worry, believe me. Die Frontsoldaten werden beschossen. Juge, du bist zu Peter. Hell, don't worry, don't leave me. I'm here to just believe me. Hey, morrow, brutta, abitur. Abitur, brandenburg. Oh, don't worry. Oh, don't worry. Oh, don't worry. Ich bin hier. So, Arena. Tschüss. Bayern alle die Zugstatt haben